Hallo und Stopp Nächstes Ihr bentne бы uh in Ostrasburger Hallöööööööööööön Hahhhöhöhöhöhöub Ähmnätts Wehe Hyfe Ach hooffsvoll Kannst entweder jetzt verkaufen fahren oder in Ja verkaufen oder bringen fahren Ja Oder in Geht das ins Fahrstil rein Ja gut Ja was hast du jetzt was gefunden Ich muss ja das geben Wirklich Du musst jetzt vorwärts drücken Damit du rückwärts fährst Hallo Der Taste Das liegt durchaus ein bisschen in dem Skrip mit dem vorwärts rückwärts Mit dem Sound Das steht ganz oft dabei Bitte verwenden sie nicht das und das Weil halt Hau und Beinfluss werden kann Alles klar Alles klar was ist denn das Manni Alter Das ist nur rückwärts Achso ich freue mich nicht ich sehe gerade nichts nach vorne Das bin doch eh nicht vor dir Nicht? Nein Ich hab die Außenkamera irgendwie in der Hinterachse versehen Äh okay Habs das nicht? Dann wird das hier cooler Halt stopp Da musst du rein Perfekt Perfekt Einmal auf die Sparte Ja Ich fahre doch lieber in Perspektive Nicht hinterher Perspektive Ja Ich fahre doch Ja, das ist gut. So... Mhm. ja er fängt das hat er durchgehend auf 2000 den Standorten sich jetzt sagen das sind dann Backfix das sind meine Childs Qualität hier bei ja von denen ist das wirklich das höchste weißt du ich weiß nicht mehr welches spiel es war aber irgendein spiel gab es schon alles wird auch in der wasser 9 oder so ist keine ahnung da gab es keine fehler da gab es auch keine updates sowas weil er einfach keine fehler hatte ich weiß keine kann ich ein bisschen langsamer machen oder das ist auch mal so gut nein was so es wachsen nein muss nicht das reicht jetzt drei meter jetzt wieder runter ich habe das nicht mittlerweile am wochen wir haben immer noch nicht nein und sind die anderen hoffentlich auch alle fröh nein kein Spaß das ist nicht zu schade da ist ja bescheid was ich hatte eine alte frage ok achso ok alles will ich verarschen ich verrate die Spritze weg und schon kann ich die anhängen ok lalala 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 will ich das zeigen nein geht das ja geht das ist der vorteil in Patch 1.3 im letzten Patch ging das noch nicht was dann kannst du hier noch nicht drüber fahren hast ja alles kaputt gefahren ne v ne v was musst du jetzt wieder machen vieles ähm namens ja ne es war später so ähm und zwar da hallo danke so so perfekt ich hab mich jetzt voll darauf fokussiert dass mein PC wieder rumjodelt mit Tante Google Ton rumjodelt ja ein das ist bei Instagram eine Nachricht bekommen nein das geht natürlich nur mein Handy also kein Ton am Handy Beton wir hatten doch am Anfang den 3 Folgen auf 50k gab jetzt wird nur noch 40k ja und jetzt zwei paletten pflanzenschutz ja ob wir die jetzt kaufen oder später kaufen was ist die spritzeln was sicher ich hab nicht wenn wir wieder auf eine beschissene idee kommen ja das können wir kaufen dann eine paletten gabel da rum ja so ja so wirst du mal mitbringen das war unmittelbar weiß ich nicht hier stehen auch zwei pickpacks hat gut ja das glaubst du nicht nur das ist so er weiß auch was für diese nächste folge noch zu tun habe so Es gibt ja das Update für den MB-Tafel, ne? Und da hast du jetzt bei diesen drei Gleifen, hast du einmal diese Variante, die du jetzt hast, und einmal, dass da noch Warntafeln neben sind. Okay. So, mal gucken, was kann man jetzt noch machen? Wo wird das? Das ist ja 30 Sekunden, ähm, Minuten. Dann wird beide noch gerüttet werden. Wie oft muss man das da jetzt noch machen, eigentlich? Das ist ja dreimal. Boah, ich hätte davon, wir hätten 10 Pferde halt, oder sowas. Oh Gott. Ja, das wäre dann richtig knacke. Dann muss einer, zwei, warte. Äh, fünf Folgen, ne. Drei Folgen. Bisschen mehr wie drei Folgen. Nur, da wird bisher viel Zeit. Drei, äh, drei, ne, ein Viertelfolge. Ne, drei, ein Drittelfolge. Drei anderen, ja. Kameraden, Ferne. Um. jetzt bin ich hab ich das jetzt auch hinten alle da ach was ich bin ok gut ich falle ja okay du kannst ja denken was du alles geschrieben habe ne ähm äh ähm äh 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 spiel das sagen ja okay Oh Gott. Dann kann ich nicht später mit Märchen erzählen, wenn ich jetzt einen Kutsch schreibe. Oh nein. Boah, wie ein Paar, dass du so blöd bist. Ich will da in der Intro, den bringen wir jetzt nicht. Ich will da in der Fabi oder ich. Du, ich will da in der Fläche. Haha. So. Riechen? 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 Hey! Nicht abbremsen Sie da vorhanden! Pfff! 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 Dann kann ich gleich Geschichte nachziehen! Schön! Will schon wissen! Pfff! Ist da zu schwer, also? Scheiße! Ich bin ekelste Enkel! Oh Mann! Ich hab Hunger. Du musst mir kurz was bestellen. Ich hab mal geregelt. Du hast unten was die Saatgutpaletten verbrechen. Ja, weiß ich. Ich werde mit dem Ding saub. Fass. Ja, ich muss so mit dem mal runter. Am besten... Ah, dass wieder die Dings fett geht. Das ist mit Esszett zu vieler Farbe als Farbe. Du musst einfach nur kurz leer was in Steuern reinmachen. Also, Vorwärtsrück als Steuern, dann geht das wieder. Wie geht man die...mach man die wieder rein? Steuern, Leerkaste. Ah, ja. Und dann musst du es richten können. Jo. Kannst du wieder raus machen und dann geht das. Okay. So... Dann sind wir sogar gleich schnell und trotzdem krieg ich dich nicht. Trotzdem sage ich, Ende gut, alles gut. Ah, gut. Das war's für diese Folge. Wenn ihr jetzt gefallen habt, lasst einen Like auf den Kommentaren. Schreibt uns auf den Ausland vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Es ist so verwirrt, dass er nicht nur die Anmoderation hinbekommt. Ja, genau. Dann erstmal reden. Tschüss. Tschau.